Yo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Whale Alert Anarchist und der Preis von XRP ist heute bei 58 Cent. Wir haben keine großartige Veränderung, aber einen gewissen Spike und auch wieder einen gewissen Abfall hier gehabt. Also der Spread ist ein wenig größer. Warum das so sein könnte, schauen wir uns gleich einmal an. Wir sind aber noch im Plus, alle anderen Coins sind großteilig hier im Minus. Eternity beispielsweise 5% runter und auch Bitcoin ist 1% runter bei 42.600. Alles recht stabil, aber es gibt eine gewisse Tendenz von anderen Coins in den roten Bereich. Und ja, vielleicht haben es gestern ein paar von euch schon mitbekommen. Es gab zwei Riesenmeldungen von unendlich großen Transaktionen auf dem XRP Ledger. Und zwar wurden einmal angeblich 25 Milliarden XRP, also ein Viertel der überhaupt existierenden XRP und in einer weiteren Transaktion 53 Milliarden XRP transferiert, was einfach mal die Hälfte von allen existierenden XRP ist. Und so viel gibt es nicht mal aktuell auf dem freien Markt zu kaufen. Da müsste man sogar noch welche von Ripple mit dazunehmen, Milliarden von Ripple mit dazunehmen, um sowas überhaupt hinzubekommen. Und ich meine, ihr habt ja gestern zufällig nicht all eure XRP verkauft. Das heißt, diese ganzen XRP sind ja gar nicht verfügbar im Markt. Also solche Transaktionen sind ja gar nicht möglich. Und da muss man auch wieder so ein bisschen schauen. Da hat sich ziemlich schön herausgestellt, was für Leute auch nachdenken, bevor sie irgendwelche Dinge posten. Und einige Leute haben dann geschrieben, ja, das wird jetzt nicht gut enden für den XRP Ledger. Das wird XRP jetzt in die Knie zwingen, wenn jetzt auf einmal die Hälfte von allem Supply an einer Börse verkauft wird. Weil es ging ja eben an eine bestimmte Börse. Aber natürlich sind diese Transaktionen nicht echt. Wir haben hier einmal den Whale Alert Ticker. Das waren gestern zwei Transaktionen, die sehr, sehr kurz hintereinander angeblich kamen. Die waren aber offensichtlich fake. Aber sie haben hier eine Transaktion tatsächlich verlinkt. Und die konnte man auch nachvollziehen. Ich habe mir die dann auch mal angeschaut auf dem XRP Ledger. Und da konnte man dann logischerweise sehen, dass nicht diese Summen hier verschoben wurden. Sowohl nicht an Bitfinext, als auch diese 50 Milliarden nicht an Binance. Wirklich sehr, sehr crazy. Klar, im ersten Moment kann einem das so einen kleinen Schrecken einjagen. Aber wie gesagt, wenn man einmal darüber nachdenkt, ist es so gut wie unmöglich, dass sowas passiert. Das Ganze liegt an einem Feature, das der XRP Ledger tatsächlich anbietet. Und zwar kann man Teilzahlungen auf dem XRP Ledger schicken. Das heißt, ich könnte theoretisch eine Zahlung veranlassen. Und ich könnte euch jetzt 50 Milliarden XRP schicken. Und kann mir die so aufteilen, wie ich möchte. Das heißt, ich kann in einer ersten Transaktion zum Beispiel einen XRP schicken. Und dann in der anderen Transaktion diese 49 Milliarden 999 Millionen und so weiter. Das wäre theoretisch möglich. Das Ganze kann man auch starten. Und man muss dafür nicht mal diesen Betrag auf dem Konto haben. Das heißt, ich kann theoretisch in jede erdenkliche Richtung Geld schicken. Und einige Programme, wie eben offensichtlich ja auch von dem Whale Alert, nutzen eben das falsche Feld, auf das sie schauen. Und somit lesen sie nur die Gesamtsumme, die angeblich transferiert werden soll. Was natürlich niemals passieren kann. Aber in der Theorie könnte es ja irgendwie mal sein. Und deswegen nehmen sie eben diese Summe, die insgesamt bezahlt werden sollte. Der Account hatte dann halt eben nicht genug Geld. War ja klar. Und deswegen ist diese Transaktion dann fehlgeschlagen. Von daher ganz, ganz wichtig. Das war offensichtlich Fake. Aber es gab trotzdem diese Riesentransaktion hier. Und einige haben eben wirklich spekuliert, ob der Preis jetzt komplett am Ende ist. Und anscheinend gab es hier auch einen passenden Glitch auf CoinGecko. Ich weiß jetzt nicht, ob das eher Troll ist von dem ScamDaddy. Aber ich habe das öfter mal gesehen. Also anscheinend ist das wirklich so passiert. Und ich meine, das wäre ja wirklich der Super-GAU, wenn man erst diese Transaktion sieht auf dem Whale Alert. Und stellt euch mal vor, dann geht ihr hier auf CoinGecko und seht auf einmal den Preis bei 1 Cent. Ich glaube, dann wäre einfach komplett vorbei. Also ja, das ist wirklich schon hammerhart gewesen. Und ich glaube, da sind gestern auch einige Leute ins Schwitzen gekommen. Für einige Leute war es auch eher eben lustig. Aber da muss man wirklich sagen, das hat schon so ein bisschen an den Nerven gezerrt. Ich glaube, ich habe das gestern auch gesehen, so um 20, 21 Uhr so um den Dreh. Dann dachte ich mir so, oh oh, was da wohl abgeht. Aber jetzt haben wir es natürlich hier besprochen. Sehr, sehr witzig. Und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was so eure Gedanken zu dem ganzen Thema sind. Ob ihr das auch mitbekommen habt. Oder ob ihr das so ein bisschen jetzt aus der nachträglichen Perspektive seht und sagt, okay, was da abgegangen ist, das hätte ich nicht gern erlebt. Aber gut, gehen wir weiter mit ein paar spannenden News rund um das Thema Verstrickung in dem Wirtschaftsbereich. Wir haben hier den guten Brian Brooks. Das ist ein Managing Partner von Valor Capital, beziehungsweise der Valor Capital Group. Die steht da drüber. Und er hat hier beschrieben, dass Ripple und somit XRP gar nicht darauf abzielt, den US-Dollar zu ersetzen. Sie wollen eigentlich das gesamte Transfersystem darum reformieren und quasi neu und besser machen. Und das sagen sie hier ganz offen. Es geht nicht darum, den Dollar in der Form zu ersetzen. Und ich glaube, deswegen könnte man auch spekulieren, dass Ripple da bereits mit am digitalen Dollar rumschraubt. Über deren eigene CBDC-Plattform könnte man das mit Sicherheit abwickeln. Und stellt euch mal vor, sie würden da wirklich in einer Art Konsortium, vielleicht mit 5, 6, 10 anderen Firmen sitzen, die sich alle damit befassen, wie man den Dollar am Ende digitalisiert, tokenisiert als CBDC und dann transferiert. Und ich glaube, da hätten sie wirklich eine extreme Machtposition und würden eben auch andere Länder super einfach catchen. Er beschreibt dann weiterhin hier, dass die aktuelle Preisvolatilität, also auch bei XRP beispielsweise und wahrscheinlich auch bei den Ripple-Aktien, nichts anderes sind als die gleichen Volatilitäten, die beispielsweise Google in den Anfangstagen hatte. Denn da wusste man ja auch nicht, dass irgendwann Google mal bzw. Alphabet insgesamt so riesig werden wird und am Ende eins der größten Unternehmen der Welt sein wird. Ripple hat definitiv das Potenzial, muss ich ganz klar so sagen. Im Zahlungssektor gibt es da eigentlich wenig, die in Sachen Innovationen denen das Wasser reichen können, auch wenn natürlich andere Firmen wie jetzt PayPal und so weiter noch deutlich größer sind. Aber nur weil man größer ist, heißt das ja nicht, dass man für immer so groß ist quasi. Ich setze da wirklich schon große Stücke auf Ripple und ich denke auch, die Aktien werden sich in Zukunft an gewissen Stellen auch lohnen. Dann ganz interessant, das mal so ein bisschen hoch und runter zu rechnen und zwar das Thema All-Time-High. Denn wir haben hier einmal von Rose einen Post, reimt sich nicht zufällig und der soll dazu dienen, die Debatte darum zu beenden, wo jetzt eigentlich das All-Time-High von XRP wirklich ist. Wir sehen ja seit Jahren verschiedenste Zahlen, 3,60 Dollar, 3,80 Dollar, 2,90 Dollar und so weiter. Alle diese Zahlen geistern da irgendwo im Internet rum. Und wir haben hier tatsächlich einmal den offiziellen Chart von Coinbase. Die sagen also 3,84 Dollar ist die Spitze gewesen. Was ich aber auch interessant finde, ist das Ganze mal runter zu rechnen auf den aktuellen Circulating Supply. Denn in den vergangenen Jahren, genauer gesagt innerhalb der letzten 6 Jahre, hatten wir auch eine gewisse Inflation. Nur kurz für die Leute, die es jetzt schon wieder in die Kommentare schreiben, sehe ich jetzt schon. Wir haben 100 Milliarden XRP, es kann niemals mehr geben, aber es gibt ja eine Umlaufmenge und diese Umlaufmenge ist logischerweise gewachsen, weil Ripple immer mehr von ihren XRP auf den Markt gebracht hat. Die Umlaufmenge ist um 15,5 Milliarden XRP innerhalb der letzten 6 Jahre gestiegen und somit wäre ein aktuelles All-Time-High bei ungefähr 2,74 Dollar. Das Ganze kann man logischerweise hier einmal ausrechnen. Da kommen wir also auf andere Preise. Man könnte also in irgendeiner Welt sagen, dass wir, wenn wir über 2,74 Dollar kommen würden, tatsächlich auch das All-Time-High geknackt hätten in Sachen Market Cap, also wie viel Geld im ganzen Markt da ist, auch wenn sich das mittlerweile eben auf mehr Token aufteilt. Dann geht es weiter von Vojak. Da haben wir hier einmal historisch die erste Evernote ist hier live. in der Produktivumgebung und zwar von Teku. Wir haben sie hier einmal, ist aus Japan, aktuell natürlich alles noch hier inaktiv sozusagen gesetzt, aber sollte jetzt eben sehr, sehr bald laufen und somit wird man hier eben einige neue Nodes auf dem Evernote Mainnet sehen. Hier haben wir auch ganz transparent die Komponenten, die dabei sind, also hier beispielsweise ein Intel Xenon Gold 6.230 mit 2,1 GHz und 6 Kernen und so weiter, wie viel RAM hier genutzt wird und so weiter. Kann man sich da alles mal genauer anschauen. Finde ich sehr, sehr cool und ich hoffe und wünsche den Leuten von XarHaut natürlich auch, dass sie erfolgreich werden. Evernote soll ein schönes Projekt werden. Ich denke, so sollte man da rangehen. Von daher hier gerne mal reinschauen, falls ihr da Interesse habt oder falls ihr vielleicht auch selbst da eine Note aufsetzen wollt, kann man, glaube ich, da auch die Requirements entsprechend finden. Dann haben wir hier tatsächlich eine sehr, sehr coole Verbindung und zwar rund um das Thema, dass der gute Larry, habe ich vor zwei Videos, glaube ich, angesprochen, ja angeblich nichts von XRP weiß. Und hier haben wir jetzt die Verbindung zu dem guten Robert Mitschnick. Das ist ein ehemaliger Ripple-Arbeiter und aktuell Head of Global Digital Assets. Und der gute Robert hat sogar XRP, beziehungsweise das Wertemodell von XRP mit entworfen. Und ihr wollt mir erzählen, dass der CEO von der Firma, bei dem der Head of Global Digital Assets angestellt ist, der damals bei Ripple gearbeitet hat, für ein riesen Kryptowährungsunternehmen, was Top 5 ist, nicht weiß, was die damals da gemacht haben und was sie mit XRP vielleicht vorhaben und so weiter. Also, ja, ich glaube, da sollte man sich nicht täuschen lassen, wie hier Chad auch schreibt, ne, don't let them fool you. Also, lasst euch nicht für dumm verkaufen da an der Stelle. Dass man das nicht weiß, das kann man mir nicht erzählen. Also, die Verbindung ist so offensichtlich, als ob die noch nie darüber gesprochen haben, als ob die noch nie in Kontakt irgendwie waren und noch nie intensiver darüber nachgeforscht wurde, was eigentlich XRP ist. Mhm, klar. Dann haben wir hier von Uphold ein paar neue D-Listings. Und da sollte man ganz genau schauen, wenn man bei Uphold irgendwo mit dabei ist. Wir haben hier eine gesamte Liste. Die ist lang, muss man ganz klar sagen. Hier auch im Video kann man das einmal hier runterscrollen. Das sind jetzt keine extrem großen Coins. Nichts, wo ich sage, oh, sie delisten Ethereum oder sowas. Aber schon dann doch einige große Namen, die man kennt. Wir können mal ganz kurz gucken. Hier, Aptos kennt man auf jeden Fall. Pancake Swap, Riesendecks auf BNB. Energy Web Token sagt einem was. Filecoin sagt einem was. Moonbeam, Phantom, GMX und so weiter. Terra, na gut, das war nur eine Frage der Zeit. Harmony One, all solche Coins kennt man hier. Torchain auch sehr interessant. Tether, also VeChain, XTC. Da wird es auf jeden Fall langsam eng, was die ganzen Regulationen jetzt bei Uphold betrifft, sage ich mal. Das ist ja nicht global so. Das ist nur in bestimmten Regionen wie jetzt hier Kanada. Aber trotzdem, da sind einige Unklarheiten, was das Thema Regulation anbetrifft. Und deswegen haben Leute da eben Probleme. Von daher ganz, ganz wichtig. Hebt die Coins von den Börsen ab. Dann habt ihr damit nicht irgendwelche Probleme. Stellt euch vor, ihr wollt euch jemanden einloggen und dann sagen die auf einmal, ja, okay, nee, geht nicht. Jetzt musst du noch das machen, das machen. Nee, das würde ich mir alles nicht geben wollen. Dann haben wir hier eine Vorschau auf die nächsten drei Tage, was das Thema Industrie-Talk betrifft. Der gute Brad Garlinghouse, der CEO von Ripple, wird hier einmal mit CNBC sprechen. Und zwar mit dem Senior-Tech-Korrespondenten Arjun Kapal. Das Thema wird sein, how will the Crypto-Industry rebuild? Also wie wird sich die Crypto-Industrie wieder aufbauen oder neu aufbauen? Ich bin zwar jetzt nicht der Meinung, dass die Crypto-Industrie großartig irgendwo sich neu aufbauen müsste. Sie müsste sich eigentlich nur weiterentwickeln oder einfach verbreiten, ausbreiten, so in der Richtung. Aber gut, vielleicht spricht man ja hier spezifisch über einzelne Teile der Crypto-Industrie, die aktuell eher gestauchelt haben oder die eher Probleme hatten. Es gibt ja einige Bereiche, die bis jetzt noch nicht so populär waren. Und wie die wieder vielleicht neu aufgebaut werden müssen, das werden wir dann hoffentlich von Brad Garlinghouse hier im Talk sehen. Parallel dazu ist Ripple auch wieder ordentlich dabei, Werbung zu schalten. Sie haben hier einmal in New York City ein paar schöne Werbungen, die sie uns wieder präsentieren können. Das haben wir hier einmal. Also man kann auch ranzoomen. Das ist also hier alles echt. Crypto-Means-Business, muss man sagen. Ordentliche Anzeige hier. Sieht schon sehr, sehr schick aus. Und genauso haben wir hier einmal Ripple ziemlich schön hier auf dem Schild. Wie ich das sehe, ist das hier anscheinend alles Schnee. Also alles sehr, sehr vereist hier. Aber ja, da ist Ripple eben auch mit dabei. Klar, die Werbung in Anführungsstrichen. Werden nicht so viele Leute sehen wie hier in New York. Aber ja, ist schon sehr, sehr, sehr cool. Dann kam hier eine mathematische Grundsatzfrage auf in Bezug auf Bitcoin. Und da muss ich wirklich sagen, da zweifle ich langsam so ein bisschen an den Menschen, die auch teilweise in höheren Positionen sitzen. Also ja, folgende Situation. Wir haben hier einmal eine interessante, ernst gemeinte Frage von der guten Samantha. Sie sagt hier, ein Bitcoin ist ja in verschiedene Einheiten, sogenannte Satoshis eingeteilt. Also ihr wisst ja, Bitcoin kann man ja in 0,000 und so weiter aufteilen. Und da könnte ich theoretisch auch 0,00001 Bitcoin besitzen. Das Ganze geht in über zwei Quadrillion davon. Also ich habe ja 21 Millionen Bitcoin auf der Welt, kann das aufteilen und so weiter. Wie kann man jetzt sagen, dass Bitcoin rar ist, also selten ist? Und wie kann man sagen, dass es eine Art Mittel gegen Inflation ist, wenn es doch offensichtlich so oft quasi vorkommt? Und dann antwortet der Walker hier mit einem schönen Sprichwort, das kennt ihr mit Sicherheit auch. Gib einem Mann einen Fisch und er wird für einen Tag essen. Und normalerweise geht das ja so weiter. Oder lehre dem Mann zu fischen und er wird für immer satt sein quasi. Also eigentlich, dass man eher die Fähigkeiten zum Überleben beispielsweise beibringen sollte, als jemandem einfach das Geld oder den Fisch hinzugeben. Dann wird er das konsumieren und dann ist es weg. Aber er sagt dann hier, schneide den Fische einfach in Milliarden von Teilen und du wirst für Milliarden Tage essen. Nach dieser Logik hier logischerweise. Und hier das Ganze schön einmal symbolisiert. Also dieses Pizzastück hier wurde in wahrscheinlich 70 Teile geteilt. Das heißt, ich kann jetzt hier über 70 Tage von dieser Pizza leben. Oder vielleicht auch nicht. Ich glaube, da wird einem dann schon ziemlich schnell bewusst, wie dieses kleine mathematische Problem dann funktioniert. In der Theorie mag das alles so sein. Aber in der Praxis, im echten Leben, kann ich mich nicht 70 Tage von diesem Pizzastück hier ernähren. Egal, wie viele Teile ich daraus schneide. Auch wenn ich doppelt so viele Teile daraus schneide, ich werde am Ende nicht mehr Pizza haben. Und genauso ist es hier eben auch. Dann geht es noch weiter von Digital Perspective. Da haben wir hier einmal 109 Tage noch bis zur nächsten XRP-Conference. Und zwar der XRP Las Vegas-Konferenz. XRP Las Vegas 2024. Letztes Jahr war das schon cool. Und ich muss ganz klar sagen, die Zeit vergeht schon wieder echt ziemlich schnell. Wir haben heute den 15. Januar schon wieder. Gerade erst gefühlt ist das Jahr neu angefangen. Und jetzt sind wir schon wieder Mitte Januar. Also wirklich crazy, crazy. Das Ganze findet zwar erst im Mai statt. Also Leute, beruhigt euch. Wir sind noch lange nicht im Mai. Wir sind noch nicht mal im Februar. Aber trotzdem kann man jetzt schon hier entsprechend sich Tickets sichern. Meiner Meinung nach ist das alles sehr, sehr, sehr teuer. Also ich würde da nicht hingehen. Sag ich ganz offen, ganz ehrlich. Es lohnt sich aus meiner Sicht als normaler Halter und Fan einfach null. Aber es gibt mit Sicherheit einige Leute, die da gern dabei sind. Und für die das auch vielleicht so ein Highlight des Jahres ist. Von daher könnt ihr da gerne mal reinschauen, falls das für euch interessant ist. Und ihr auch vielleicht mal ein Foto mit dem guten Brad Garlinghouse machen wollt. Dann haben wir hier noch den guten Chad Steingraber. Und er schreibt hier, meine Lieblingsbeschäftigung ist es einfach anzuschauen, wie Short Trader liquidiert werden. Also die Leute, die aktuell eher bearish eingestellt sind, die quasi Geld setzen darauf, dass der Markt wieder runter geht. Dass diese Leute ihr Geld verlieren. So sagt er das hier. Und besonders, wenn die eben gehebelt sind, also quasi komplett liquidiert werden können, weil sie mit Fremdkapital handeln. Sagt er hier. Hier kann man einmal die sogenannte Heatmap sehen. Also wo besonders viel Liquidität am Ende sitzt. Aktuell ziemlich genau auf diesen 45.000. Das heißt, sollten wir über diese 45.000 Dollar gehen, dann werden einige Shorts tatsächlich liquidiert. Bis hoch auf 47.000. Alles andere ist da eher irrelevant aktuell. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr aktuell eher bullisch oder eher bearish eingestellt seid. Gestern schrieb jemand in den Chat hier, dass er eher bullig eingestellt ist. Das fand ich auch sehr, sehr lustig. Also schreibt mal bitte, seid ihr eher gerade bullig oder eher bearig eingestellt? Ja, deutsche Übersetzungen sind schon was Schönes. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch einen Fun-Tweet. Hier einmal von Daniel. Und dann hier Mr. Future postet ein Bild. Der Chart geht runter. Geht sogar aus dem Bildschirm hier schon raus. Geht immer weiter runter in den Boden hier rein. Also muss man gleich mal hier unter seinem Schreibtisch nachgucken, wo der Chart da überhaupt noch ist. Ich habe mich natürlich gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich hoffe mal, wir sehen uns auch morgen auf diesem Kanal wieder. Zu neuen News rund um den Kryptomarkt allgemein. Bis dahin, schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so denkt zu den ganzen Themen. Und gebt ein Like oder Dislike, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, Leute. Ciao. Ciao.